Wie geht's euch Leute? Ich hoffe ihr habt Bock auf ein neues Pimp My Batterie Video. Hier ist es. Und zwar geht es um die Air Force von Keller. Dieses Ding kann man normalerweise in Deutschland bei einem Discounter finden, den ich jetzt nicht einfällt. Ist ja jetzt egal. Oder vielleicht bei einem Kaufland oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe das Teil selber aber in Österreich gekauft. Und zwar bei dem Feuerwerk Discount in Korneuburg. Kann ich nur sehr empfehlen für alle Leute die aus Wien kommen. Ein echt super Geschäft. Jetzt schauen wir mal hier. Machen wir mal auf. Schaut euch ganz normal aus dieser Batterie. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie... Irgendwie das irgendwie modifiziert sein könnte oder sowas. Schauen wir mal rein da. Ich mache das dann wie ein Amateur mit einer Hand. Ganz, ganz schlecht und billig. So. Ah, ja. Da werden wir es einfach anzünden an dem Ding da. Ach Gott. Ja, also Leute. Ich musste da jetzt leider damit der super Batteriehalter von Röder Feuerwerk, wie ich schon erwartet habe, das Gummiringerl da zerrissen ist. Das Gummiband durch das Feuer, also durch die Hitze leider geschmolzen. Also es ist eh ein Ersatzding dabei. Kann man verwenden. Aber langfristig muss man sich da halt dann immer wieder Ersatz mitnehmen. Kein andetn. De Und sie ist umgefallen. Ich habe es versucht mit anderen Batterien herumstellen. Hätte noch mehr machen müssen, naja, ich habe mir gedacht, vielleicht irgendwie kann man das doch anders machen, aber ich schätze mal, ich muss jetzt wirklich jedes Mal entweder den Batteriehalter nehmen oder das so herumstellen. Ist nicht so schön, aber effektiv. Drei! 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 Bis zum nächsten Mal.